Jungs, ich wollte aber eigentlich gar nicht so zu euch und ich wollte mich eigentlich nicht direkt hier mit euch anlegen. Ich hoffe, ich habe jetzt wenigstens die Geiseln hier mit, also die Dinger mit verfreit. Außenwürfe von Durotank Festung. Oh, ne. So? Oh Gott. Oh Gott. Fand ich den hier als Ziel. Oh shit. Vielleicht ich das doch später machen. Die sind in der Alarmbereitschaft. Mal kurz was befreien. Hör auf mich anzumotzen. Äh, da ist nichts zu befreien. Zumindest reagiert das nicht. So wie ich dachte. Ok, dann nicht. Oh, aufzählen bringt Elfengeschosse zurück. Ok. Gut zu wissen. Oh, keine Elfengeschosse mehr. Hm. Schlecht. Ich habe genug von Ozun. Es wird Zeit, dass wir losmarschieren. Du wirst nicht lange... Habt ihr das gehört? Ist noch nicht lange her, da habe ich den Hauptmann von Norden hier gesehen. Norden? Was bin ich denn da? Oh. Oh. Eine Schlechttötung. So, ich glaube ich kann hier mich irgendwie hinten rumhangeln. Jetzt bin ich hier ganz oben. Sehr gut. Oh, da gibt's. Hm? So jemand? Naja. Elfengeschosse sammeln. Jawoll. Äh. Die ist irgendwie... Die ist irgendwie... Bin auch froh. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Äh. Ich hab nur die Sklaven an der Grube bewahrt. Hast du irgendwas Rotes gefunden? Ne. Nicht so. So. Hat er Fakt gefunden. Das ist also Faktor halt in Erinnerung an Mode benutze L und R um nach Erinnerungen zu suchen und diese mit X zu enthüllen. Drücke A zum Footfahren. Grockbecher. Ah da. Wir tun das heute Nacht. Kein Rumkommandier mehr von diesem verdammten Uruk-Al. Wir schleichen uns in die Kaserne und lassen diesen Schreck schön ausbluten. Wenn er erst tot ist, ist er nicht mehr so allmächtig. Und dann haben wir hier das Sagen. Du und ich. Alles wird uns gehören. Hä? Frisches Fleisch? Mehr Grock? Wir werden nie mehr Hunger leiden. So viel steht schon mal fest. Wie geil ist das denn? Wenn man sich tot hat so ansieht, würde man nie glauben wie... Dieser Grock ist eine bittere aber effektive Medizin. Diese Uruks sind wirklich unregliche Spiegelungen meiner Art. Nichts kommt hier raus. Könnte... Der Hoffmann sagt wir sollen uns bereit machen, Odun bald zu verlassen. Das ergibt doch keinen Sinn. Was ist mit dem Tag? Wer bringt ihn zur Strecke, wenn wir fort sind? Kann hier aber auch an ziemlich glatten Wänden hochklettern. Meine Fresse, der kann... So würde ich auch gern klettern können. Morgai Fliegen. Da es ein Mordor nicht an unbegrabenen Leichenmangel sind, auch die Morgai Fliegen häufig anzuheben. Ihre Nester hängen überall dort, wo es Fleisch geben könnte. Und die Röde-Störung setzt diese Insekten in blutrödenes Geaufruhr. Wenn die Glykische schwärmen, die heimlichen Wesen ausnagieren gemeinsam. Und dass eine unbehalte Strecke im Wasser entsteht, die selbst einen rüstungslöden Uru bewältigen kann. Manche halten die Fliegen für ein Ebenbild des Liedlöden Auges und die Auswüge des Saurons Geistes. Okay... WTF... Okay, wie... Ich kenne sowas wirklich nicht... Oh, Tötung! Ähm... Ja, verbrannt. Äh... Jo, cool! Nehme ich... Nehme ich... Pfeile können manchen auch zum Einsturz bringen. Sei stark oder still! Für schwache Wagen ist dir kein Platz! Oh, das lockt die Wagen an. Ist immer interessant. Hast Karagor. Ja... Interessant. Ich will auch einen Sündigenkampf haben! Ich will auch einen Sündigenkampf haben! Ich lass dir erstmal dich da unten mit dem Wagen rumschlemmen. Lämmern. Hm. Ich will noch sowas machen, aber... Hm. Hat nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hab. Zeit der Läuze... Ach... Ich... Ungezwiefer! Ich... Lechte nach einem Kampf... Du wirkst ziemlich schwächlich, aber... es wird schon reichen er ist wohl von vorne gepanzert es scheint im hauha der hat einen heftigen antrieb auch 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 auf setz wie ein von letzter chance bewege das im bohlen im kreis hinein drücke dann die angezeigte tasse konnte auszuerfüllen es ist ein bisschen zu viele wirklich bis ins arg viele weg lauter ob es auf das nächste mal da habe ich was gestoben ach ne ähm ich hab aber alles diese türme der älter stammen von jenseits der zeit unbekannt um hauptmann befördert also so schön vorbei was ich machen wollte ich trotteln dass da zeit verstrichen lassen natürlich dämlich seine nähe ist redback der feigling radback redback war das ausgesprochen jetzt regnet es auch noch so das hier wollte ich auch einfangen siegertur in welcher eine besondere belohnung zu erhalten besondere belohnungsstrukture welche macht acht elite hauptmann ob das was wird es könnte auch böse nach hinten losgehen die rückte richtung oder ja ja du jetzt zuerst alle anhänger du alle schaden durch kampf todes schlüsse kann durch kampf so schön verwundet werden ich glaube sonst ist er immun gegen fernkampf ruft verbindende nähe auf um kampf teilzunehmen sprunglokale blockt versuche ab über ihn zu springen ok jetzt vernichtet schildschlag und ausschließend angegriffen flammende waffe brennende waffe erzielt für einen schönen schnüffel kann feinde wittern die sich in der nähe verstecken ist alter der ist ja übel der ist ja echt übel verbesserungen hier hab ich nix naja ich hätte ein bisschen mehr leben für den kampf ich will zuerst alle anhänger hieß es doch ne ach ja das ja auch das was wird es könnte sogar wirklich sein ach du scheibenkleister m es ist ja nie ist klar hey mit alle gewonnen ich würde dann gerne aus diesem aus dem raus ich hab doch gesagt du findest mich das ist der tag das ist der tag Das sind einfach viel zu viele für mich. Ah shit, wieder Elson, Angriff über 10, boah, bin wieder von vorne von dem, au, also ich vermute mal, das ist mir noch zu schwer, kann ich irgendwie hier einfach aus dem Ding wieder rausgehen? Ich bin irgendwie dagegen, aber, geh weg, ich hab's jetzt noch eingetötet, und das war auch nur dieser blöde, wend mal, hier ist doch, ja, 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 danke schön, Lebensenergie, danke, mhm, 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 mhm. ja dankeschön jetzt hat zwei gegner gleichzeitig zu sagen zwei von fünf vier von fünf fünf und fünf das ist schon mal ordentlich dezimiert allerdings wieder elbengeschosse das ist hier halt taktisches kürchen jetzt elbengeschosse her wir wollen nicht mehr das rüben würden welche liegen steht der map da aufgabe ist immer noch die beiden da quasi töten wo eigentlich nur ein von den beiden die wohl nicht getrennt kriegen vermute ich mal doch der regeneriert sich hast schmerzen ok der regeneriert sich trotzdem nein 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 oh nö oh nö haben die halt wieder alles alarm auslösen können ach shit schützschützschützschützschütz die tanzlerkeit der mensch die tanzlerkeit der mensch wir finden schon etwas anderes zu töten keine sorge ich muss heraus schmerzen auch k k Aber die kann ich auch direkt so abmachen, sehr gut. Wie ist das, hast du das gesehen? Hm. Ja, ich glaube, der Udo wurde umgewacht. Was ist denn das Problem, dass die nebeneinander stehen? Das ist total hässlich. Wie soll ich das denn machen? Die laufen wirklich die ganze Zeit zusammen. Ich schwöre, dass ich etwas bei den Felsen gesehen habe. Es war keine dieser Bleichhäuter. Es war eher wie... eine Grauhaut. Hm, hm, hm. Ah, toll. Das ist einfach nur gemein. Ah, das ist irgendwie so die Mentalität. Du bist unzufrieden, dann schlägt sie in den Hals auf. Ah, das ist irgendwie so die Mentalität. Nein, nicht den. Ah, warum nicht die Dinger? Die haben mir doch geholfen. Furcht vor Verbrennen. Wahnsinn. Ja, toll. Ja, toll. Was ist auch wahr? Es ist vorn. Ich stehe nicht weit, bleibst vor mir! Es muss doch nochmal! Es reicht feier! Zündet endlich das Signalfeuer an! Aua! Shit! Au! Shit! Ich bin irgendwie zu doof dafür gerade. Hier ist es nicht nah für verkackt. Oh Gott! Du kannst es! Ja! 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 Und weg mit dir! Oh sogar die Stämmeckes entkommen! Schweinerei! jetzt habe ich aber erstmal nur noch einen um den es sich zu kümmern geht beziehungsweise alle anderen von der festung drumherum ich kann stufe aufsteigen explodieren lassen ist glaube ich eine ganz gute variante wenn ich jemand in die nähe von feuer bringen kann das ist mir wohl bekannt dass ich es nicht mit euch allen aufnehmen kann ich werde erstmal verletzt auf einem dritten ungefähr hier vor mir sollen welche sein hier auch mit erinnern jetzt nicht Mann, 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 das ist hier der erste Auftrag und direkt nicht so wie gedacht Viel Spaß, Leute Da ist der Weitläufer Viel Spaß mit denen Ich bin hier raus, danke, schön, danke Darf ich jetzt mal wirklich hier raus, danke Oh, meine Güte Irgendwie ab und zu leckt es mal ganz schön Geht's jetzt? Hab ich jetzt mal gepackt? Jawohl, ich hab's gepackt Auftrag abgeschlossen, zu sich, sehr gut Wow, tief in der Jean Meins Wolfsgesicht, episch Niederschlag bei Durchhage Boah, meine Fresse Das war ja jetzt Zum Kaufen verfügbar Oh, Giga, episch Hinschlag ist aber Niederschlag bei Durchhage Das war Das war übel Irgendwie klemmt mein rechter Mini-Stick gerade Der zaghafte Ne, den will ich auch nie Oh, Tog, der Stämmige Wo ist der? Was ist zur Hölle? Beige Hund Verzogen Na komm Nehmen wir mal das ja als Ziel An die Arbeit Ach, da sowieso niemand Amen